Halleluja, Halleluja, die Heiligen drei Kinnisandor. Es ziehen aus weiter Ferne drei Könige einher. Sie kamen von drei Bergen und fuhren über das Meer. Wer sie aus dem Osten drei Könige genannt, haben Jesus als Retter erkannt. So wie diese ziehen wir heute, könnten vom Frieden für alle Leute. Ich, Kaspar, habe Gold gebracht, doch Jesus schenkt, was reicher macht. Er schenkt den Glauben mir, dass Gott uns liebt, ihn preisen wir. Der Weihrauch, der zum Himmel steigt, der Mensch, der sich zum Menschen neigt. Sie lehren uns, was wirklich zählt, die Liebe trägt, die Liebe hält. Die Mürre prachtig, wie ihr wisst, doch bitter wie die Mürre ist, ist auf dieser Welt manch Menschen los, drum helft, das Herz ist weit und groß. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar.